Weißt du nicht, was du schenken sollst und brauchst deshalb noch ein paar wirklich gute Geschenkideen? Dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich zeige dir hier 7 geniale Geschenkideen, die wirklich jeder kennen sollte. Du findest alle Geschenke unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das erste ist ein kleines Goodie. Und zwar haben wir hier Mach das alles Lose. Ein Geschenk, was wirklich für Augen sorgen wird. Dabei handelt es sich um Lose, wo eben Sachen draufstehen, die man noch in seinem Leben machen sollte. Eine gute Geschenkidee, vor allen Dingen für jemanden, wo du nicht genau weißt, was du schenken sollst. Kommen wir auch schon zu Geschenk Nummer 2. Dabei handelt es sich um eine solche Einhornlampe. Die macht auch wirklich etwas her und kann mit Batterien betrieben werden. Das heißt, wenn du jemanden in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis hast, der Einhörner liebt, dann ist diese kleine Lampe doch wirklich das perfekte Geschenk und zudem kostet es auch nicht wirklich viel. Bei der nächsten Geschenkidee geht es auch wieder um Einhörner und zwar das Pummeleinhorn. Denn hier gibt es tatsächlich wirklich schöne Bettwäsche, wie du hier sehen kannst, die auch optisch etwas her macht. Und Bettwäsche kann man eben auch immer verschenken, vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, was man jemandem schenken soll. Doch wenn jemand Einhörner liebt, dann wird er diese Bettwäsche auch wirklich mögen. Auch diese findest du natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie alle anderen Geschenke auch. Eine weitere Geschenkidee, die wirklich für große Augen sorgen wird, sind diese Schottgläser mit einem Totenkopf drin. Und zwar handelt es sich dabei um runde Gläser, die du schön in der Hand halten kannst, aber innenliegend ist eben ein solcher Totenkopf modelliert. Dazu kommt auch noch eine solche Flasche, die auch in Totenkopf-Form ist. Und das Schöne ist eben, wenn wir jetzt die Gläser hier befüllen, dann siehst du diesen Totenkopf erst so richtig schön deutlich. Ich werde dir das Ganze jetzt natürlich auch nochmal zeigen. Und zwar nehme ich hier jetzt etwas Cola, denn dadurch kannst du es natürlich noch richtig schön deutlicher sehen und erkennen. Und dann siehst du hier auch schon, dass der Totenkopf wirklich richtig schön zur Geltung kommt. Das macht optisch auf jeden Fall wirklich einiges her und eignet sich dadurch eben auch als perfektes Geschenk, falls du nicht weißt, was du jemandem schenken sollst. Eine Handtasche lässt sich natürlich auch immer wirklich gut verschenken. Doch noch besser oder besonderer ist eine solche Männerhandtasche XXL. Das Ganze kannst du nämlich tatsächlich an einem Griff tragen, also wie eine Handtasche. Und hier drin finden wir verschiedene Biere aus verschiedenen Regionen. Das heißt für Biertrinker das perfekte Geschenk, um auch mal etwas anderes auszuprobieren. Das nächste Geschenk eignet sich auch für Biertrinker wirklich gut. Und zwar ist es ein solcher Deckelbaum. Dieser ist oben magnetisch und hier kann man die Kronkorken dranhängen und dadurch entwickelt sich eine Baumkrone, die bei jedem eben wirklich individuell ist. So müssen die Kronkorken nicht direkt weggeschmissen werden und machen optisch auch noch einiges her. Dabei sind auch noch ein paar Anregungen, wie man das Ganze herstellen kann. Und das letzte Geschenk ist wirklich ein Klassiker, vor allen Dingen für Leute, die gerne Wein trinken. Es handelt sich dabei nämlich um einen solchen Weinflaschenhalter, der aussieht wie eine schwebende Kette. Ein optisch wirklich schönes Geschenk und eben für Weintrinker perfekt geeignet. Schau dir die Links in der Videobeschreibung an. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, falls dieses Video dir geholfen hat. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Darbisch. Bis zum nächsten Mal.